Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janik Brün und das hier ist eine weitere Episode unseres Unity 3D Crashkurses. In diesem Video werden wir uns endlich mal mit den Grundlagen vom Scripting in Unity 3D befassen. Wir haben ja jetzt verschiedenste Grundlagen über diese Game Engine kennengelernt. Wir wissen, wie die Benutzeroberfläche aufgebaut ist. Wir wissen, was GameObjects sind, was Components sind und was Prefabs sind. Und jetzt fehlt es uns ja eigentlich nur noch an einem gewissen Grundlagenwissen über das Scripting in Unity 3D, um so richtig in diese Engine eintauchen zu können. Deswegen werden wir uns das Ganze in diesem Video einfach mal anschauen. Nun, bevor wir anfangen, es ist ganz wichtig, dass man versteht, dass wir in Unity 3D zum Skripten C-Sharp verwenden. Das ist eine, ja, Programmiersprache, eine objektorientierte Programmiersprache von Microsoft. Und falls du dich mit dieser Programmiersprache noch nicht so wirklich auskennen solltest, dann schau mal in die Videobeschreibung von diesem Video, denn da habe ich einen kostenlosen C-Sharp Crashkurs verlinkt. Vielleicht ist es sinnvoll, sich den mal anzuschauen, bevor du jetzt hier diese Videos anguckst, falls du noch keinen C-Sharp beherrschen solltest. Denn, ja, die Grundlagen der Programmiersprache möchte ich in diesem Videokurs jetzt nicht unbedingt wiederholen, denn die habe ich schon einige Male hier auf dem Kanal gebracht. Und es würde den Rahmen der Videos auch eigentlich sprengen. Deswegen, falls du C-Sharp noch nicht kennen solltest, schau mal in die Videobeschreibung, da ist ein kostenloser Crashkurs und da musst du auch nicht alles durchgucken, es reichen eigentlich die Grundlagen so ziemlich. Einfach nur, dass du mal verstehst, wie man mit C-Sharp so ein bisschen programmiert. Okay, und ja, jetzt schauen wir uns mal hier in Unity 3D das Skripting an. Bevor wir anfangen, wir haben hier verschiedene Objects schon im Room platziert, beziehungsweise in unserer Scene, die löschen wir jetzt einfach mal. So, auch dieses leere GameObject nicht vergessen, das löschen wir auch. Alle Objects, die wir jetzt hier drin behalten, sind die MainCamera und dieses direktionale Licht. So, und jetzt schauen wir mal in unseren Ordner Scripts, den wir uns ja ebenfalls schon in einem vorherigen Video erstellt haben. Und da befindet sich ja dieses Beispiel-Skript drin. Dieses Beispiel-Skript, das brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr, das löschen wir jetzt erstmal, indem wir hier einfach auf Entfernen klicken und dann auf Delete. So, dann wird dieses Skript gelöscht. Und jetzt erstellen wir uns ein neues Skript. So, um ein neues Skript zu erstellen, klicken wir einfach hier in den Ordner Scripts mit der rechten Maustaste. Dann gehen wir auf Create und dann auf C-Sharp-Skript. Und jetzt müssen wir diesem Skript einen Namen geben. Wir nennen dieses Skript jetzt einfach mal Hello World. So, denn damit programmieren wir jetzt eine einfache Hello World-Anwendung. So, jetzt wollen wir dieses Skript öffnen. Und zwar in Visual Studio. Visual Studio wurde hier bei der Installation von Unity schon mit installiert. Wenn ich jetzt also hier dieses Skript öffne, dann öffnet sich standardmäßig Visual Studio. Machen wir das einfach mal. Klicken wir einfach mal mit der rechten Maustaste, mit der linken Maustaste doppelt drauf. So. Und dann öffnet sich hier Visual Studio. Und dann haben wir hier unsere Projektmappe. Da drin befindet sich die Assembly. Da sind ein paar Verweise noch drin zu den verschiedensten Namespaces, die es hier gibt. Und wir haben hier jetzt unseren Ordner Assets. Das ist dann dieselbe Struktur wie in unserem Unity 3D Projekt. Also haben wir den Ordner Assets, dann Scripts. Und hier drin befindet sich jetzt diese Datei HelloWorld.cs. So. Wenn wir die anklicken, dann öffnet sich dieses Skript hier auf der Seite in dem Code Editor. Und du siehst, da wurde schon ein bisschen Code vorgeneriert. Zuerst einmal, wir haben hier eine Klasse. Okay. Wir haben hier also eine Public Class. Die nennt sich hier HelloWorld. Diese Klasse hat immer denselben Namen wie den Namen vom Skript. Also wenn du dein Skript HelloWorld nennst, dann heißt auch diese Klasse HelloWorld. Und es ist ganz wichtig, dass dieser Klassenname und der Name von deinem Skript identisch sind. Das heißt, wenn du deine Skripts in Unity benennst, dann mach da keine Leerzeichen rein. Und denk immer dran, dass deine Klasse im Endeffekt dann denselben Name haben wird wie dein Skript. So. Wenn wir das hier ändern würden, wenn wir jetzt den Namen in Unity ändern würden, dann würden wir einen Fehler bekommen. Also das will ich nur mal anmerken. Das ist sehr, sehr wichtig. Und unsere Klasse HelloWorld erbt jetzt von einer Klasse namens MonoBehavior. MonoBehavior ist die Basisklasse für alle Skripts in Unity 3D. Wenn wir ein Skript in Unity als eine Komponente an ein GameObject anfügen können wollen, dann muss dieses Skript eine Klasse besitzen, die denselben Namen hat wie das Skript selber. Zum Beispiel HelloWorld. Unser Skript heißt ja HelloWorld. Die Klasse hier heißt ebenfalls so. Und diese Klasse HelloWorld dann zum Beispiel muss von der Klasse MonoBehavior abgeleitet werden. Also sie muss davon erben. Denn MonoBehavior stellt viele Basisfunktionen zur Verfügung, die wir hier für die Programmierung unserer Komponenten gebrauchen können. MonoBehavior ist eine Klasse, die sich hier im Namespace Unity Engine befindet. Und ja, jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie das Skriptding hier in Unity 3D funktioniert. Wir haben hier also unsere Klasse HelloWorld. Und diese Klasse HelloWorld wird abgeleitet von der Klasse MonoBehavior. Und MonoBehavior stellt jetzt verschiedene Funktionalitäten zur Verfügung, die wir hier in unserer Klasse für unser Skript benutzen können. Du siehst es ja schon, hier wurde schon ein bisschen mehr Code vorgeneriert in unserem Klassenkörper. Und ja, den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hier werden zwei Methoden schon mal definiert, die jetzt noch leer sind. Da können wir selber Code reinschreiben. Und diese Methoden sind einmal die Methode Update und einmal die Methode Start. Das sind zwei Methoden, die von MonoBehavior tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Und die können wir hier drin jetzt tatsächlich selber noch implementieren. Und alles, was die machen, ist, dass die zu bestimmten Zeitpunkten ganz einfach aufgerufen werden. Es gibt jetzt zum Beispiel hier die Update-Methode. Und die Update-Methode wird immer aufgerufen, wenn das Update-Event abgefeuert wird. Und dieses wird jeden Frame in unserem Spiel abgefeuert. Das heißt, diese Update-Methode wird jeden Frame in unserem Spiel aufgerufen. Unser Spiel hat zum Beispiel 60 Frames, also 60 Bilder die Sekunde. Und bei jedem Bild, bei jedem einzelnen Bild, wird hier diese Methode Update aufgerufen. Und all der Code, der sich hier drin befindet. Das heißt, wenn wir Code schreiben wollen, der in unserem Spiel sozusagen permanent ausgeführt werden soll, dann müssen wir den hier in die Update-Methode schreiben. Dann gibt es hier noch die Start-Methode. Und die Start-Methode wird wirklich nur ein einziges Mal im Leben einer Komponente aufgerufen. Die Start-Methode ist also die Methode, die, wie der Name es schon sagt, die Komponente und ihr Leben startet. Hier kann man Initialisierungscode reinschreiben. Es gibt noch eine weitere Methode, die ähnlich ist, und zwar die Awake-Methode, die ebenfalls von Monobehaviour zur Verfügung gestellt wird. Und Awake wird sogar tatsächlich vor Start ausgeführt. Der Unterschied zwischen Awake und Start ist, dass Start wirklich nur in den Komponenten ausgeführt wird, die aktiviert sind. Das ist jetzt für den Anfang eher unwichtig, aber das ist hier so der kleine Unterschied. Und Awake, ja, das wird halt noch vor Start aufgerufen. Also das möchte ich nur mal am Rande erwähnen, dass es hier auch noch eine weitere ähnliche Methode gibt, und zwar Awake, die man da ebenfalls noch implementieren kann. Aber machen wir die wieder weg. Es geht jetzt hier erstmal nur um die Start-Methode. So, die Start-Methode ist also die erste Methode, jetzt in diesem Fall, die hier von diesem Skript aufgerufen wird und auch nur ein einziges Mal. Und hier können wir jetzt zum Beispiel eine kleine Hello-World-Ausgabe in der Konsole machen. Wir können also jetzt hier zum Beispiel drin schreiben Debug.log und dann ein Klammerpaar. Und zwischen das Klammerpaar können wir dann schreiben Hello-World. So, dann machen wir hier am Ende noch einen Semikolon hin, denn in C-Sharp muss man jede Anweisung mit einem Semikolon beenden. Und ja, jetzt schauen wir uns diese Anweisung mal genauer an. Debug ist eine Klasse. In dieser Klasse Debug befindet sich eine Methode namens Log. Und dieser Methode kann man einen Parameter übergeben. In diesem Fall übergebe ich einen String und da steht drin Hello-World. Und dieser String Hello-World wird dann in der Konsole ausgegeben. Also, das hier wird in der Start-Methode ausgeführt. Und die Start-Methode wird, wie gesagt, am Anfang vom Leben dieser Komponente ausgeführt. Jetzt speichern wir dieses Skript doch einfach mal mit STRG-S oder indem wir halt einfach hier oben auf die Disketten klicken. Und jetzt gehen wir mal in die Entwicklungsumgebung Unity zurück. Wir haben hier jetzt also unser Skript Hello-World. So, wir sehen hier sogar eine Vorschau. Da steht jetzt auch drin debug.log Hello-World in der Start-Methode. Und dieses Skript können wir jetzt als Komponente einem Objekt zuweisen. Wir können das Ganze jetzt zum Beispiel dieser Kamera zuweisen oder dem Licht. Aber wir machen es jetzt mal anders. Wir erstellen uns ein neues Objekt. Wir erstellen uns dafür einfach mal einen Würfel. So, also ist hier unser Cube. Den positionieren wir auf den Koordinaten 0, 0, 0. Und diesem Cube weisen wir jetzt dieses Skript zu, indem wir es einfach draufziehen. Also, wir nehmen das Skript, ziehen es hier mit der Maus auf diesen Cube. Und wenn wir jetzt den Cube hier anklicken, dann sehen wir hier unten, ist jetzt eine weitere Komponente drin. Und zwar Hello-World in Klammern Skript. Und ja, da ist einfach ein Skript und das ist hier dieses Hello-World-Skript. So, wenn wir unser Projekt jetzt starten, also wenn wir hier jetzt auf den Play-Button klicken, dann wird hier in der Konsole Hello-World ausgegeben. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und siehe da, hier steht Hello-World in unserer Konsole. Und ja, dieses Hello-World wurde ausgegeben von unserer Komponente, die dieses Skript enthält. Und ja, das war jetzt mal ein kleiner Einblick in die Welt vom Skripting in Unity 3D. Wir sehen also, man benutzt C-Sharp. Wir haben so die Klasse MonoBehaviour mal kennengelernt und gesehen, wie so ein Skript aufgebaut ist mit diesen verschiedenen Methoden, die bei Events ausgeführt werden. Es gibt davon jetzt noch weitere Methoden, die wir im weiteren Verlauf des Crashkurses auch noch kennenlernen werden. Also da keine Sorge. Aber das war jetzt mal ein grober Einblick in das Ganze. Und im nächsten Video werden wir dann wirklich tiefer in die Materie eintauchen. So, das war es dann mal wieder mit diesem Video. Weiter geht es dann im nächsten Part. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du uns mal auf unserer Website besuchen würdest. Und zwar auf www.programmieren-starten.de. Dort gibt es unterschiedliche Videokurse zur Spieleentwicklung und zur Anwendungsentwicklung. Und ja, wenn das interessant für dich klingt, dann schau da auf jeden Fall mal vorbei. Was uns auch sehr unterstützen würde, wäre, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben da lassen würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir bringen wirklich regelmäßig neue Videos wie dieses hier. Und falls das genau dein Ding ist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.